Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast. Mit ganz vielen tollen, engagierten Leuten, Autorinnen und Autoren, die in allen ihren Bereichen, in denen sie Expertinnen und Experten sind, beschrieben haben, wie man den Neoliberalismus rückabwickeln kann. Was braucht es für einen politischen Kurswechsel in diesem Land? Und wir hatten dazu eine tolle Premiere im Kino International und vielleicht habt ihr das mitbekommen, haben uns sehr, sehr gefreut, dass dieses Buch endlich erschienen ist. Und gleichzeitig haben wir noch an der nächsten Jacobin-Ausgabe gearbeitet, die dann in der nächsten Woche auch bei euch in den Briefkasten landen wird, wenn ihr Jacobin abonniert habt. Das ist diese Ausgabe und wie ihr seht, hat sich auch ein bisschen was verändert am Format, nämlich es glänzt jetzt eigentlich. Ich habe mir ja immer gewünscht, dass es mal ein Glossy-Heft wird. Insofern, dieser Wünsch ist jetzt in Erfüllung gegangen und es geht um Bildung und Befreiung. Also die Ausgabe heißt Lernen, Lernen, Lernen. Und das ist ja nicht nur ein Auftrag, sondern ist auch so gemeint, was bedeutet eigentlich Bildung als Befreiung? Was war eigentlich Bildung schon immer in der Arbeiterbewegung? Welchen Stellenwert hatte sie schon immer? Und wie konnte sie zur Selbstbefreiung beitragen? Aber natürlich auch, wie funktioniert unser Bildungssystem bzw. warum funktioniert es überhaupt nicht? Und warum können wir unser Potenzial in dem jetzigen Bildungssystem nicht ausschöpfen? Und ja, ich bin sehr stolz auf diese Ausgabe, weil es eines meiner Lieblingsthemen ist. Ich komme ja aus der Bildungsgewerkschaft, deswegen habe ich mich sehr gefreut, diese Ausgabe zu machen. Und wie ihr seht, sitze ich auch alleine hier, denn Nils hat auch sehr, sehr viel zu tun bei seiner Arbeit und kann deshalb in der nächsten Zeit berufsbedingt erstmal nicht bei Hyperpolitik dabei sein. Und um das zu kompensieren, habe ich mir gedacht, okay Ines, dann gehst du einfach all in und machst nicht nur alle zwei Wochen Hyperpolitik, sondern jede Woche Hyperpolitik. Denn was Nils und mir immer aufgefallen ist, ist, dass es viel zu viele Themen gibt, die wir gar nicht alle besprechen konnten. Wir mussten immer aussuchen und auswählen, was ist jetzt das, was uns am meisten gestört hat, was ist jetzt das, was wahrscheinlich am meisten euch interessiert. Und immer ist dabei was unter den Tisch gefallen. Und jetzt bekomme ich endlich die Möglichkeit, mit mehr Zeit und wöchentlich fast alle Debatten aufzugreifen. Denn allein in den letzten Wochen, wo wir keine Folge aufgenommen haben, ist so viel passiert. Durch den Bundestag ist ein unglaubliches Heizungsgesetz ja nicht durchgekommen. Wir haben ja auch schon mehrere Folgen dazu gesprochen. Also allein über dieses Fiasko hätte man wahrscheinlich drei Folgen machen können. Dann zu der Sparpolitik, die auf uns zukommt, zu einem neoliberalen Kampfgockel Carsten Linnemann, der jetzt Generalsekretär wird unter Friedrich Merz. Also der Aufstieg der AfD, man sieht immer weiter in Sonneberg, gewinnt der erste Landrat der AfD. Alle gucken schockiert auf diese Ergebnisse. Keiner hat einen Plan, wie man damit umgehen soll und so weiter und so fort. Also es liegt so krass viel auf dem Tisch und wir haben es nicht geschafft, das alles zu bearbeiten. Aber natürlich hört das auch nicht auf. Und auch wenn der politische Betrieb jetzt in die Sommerpause geht, heißt das ja nicht, dass die Debatten aufhören. Und deswegen ist es jetzt eine gute Möglichkeit, wirklich jede Woche sehr, sehr intensiv sich mit allem zu beschäftigen, was hyperpolitisch sein könnte. Und da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Insofern freue ich mich darauf, das mit euch zu machen, vielleicht auch mal mit Gästen zu machen, die ich einladen kann, das zu analysieren. Das werdet ihr dann alles in den nächsten Wochen erleben. Ich gehe jetzt, wie wahrscheinlich ihr auch, erstmal eine Woche in den Urlaub. Ich glaube, wir alle haben uns auch ein bisschen Auszeit und Pause verdient. Aber danach geht es, wie gesagt, dann wöchentlich hier mit Hyperpolitik weiter. Und ich freue mich, wenn ihr es weiter verfolgt und ich freue mich, wenn ihr weiter schreibt, wenn ihr weiter Rückmeldungen gebt. Das hat uns sowieso immer sehr, sehr geholfen bei unserer Arbeit. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann in zwei Wochen wieder. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.